freunde was geht ab hier ist der kelvin und herzlich willkommen zu diesem video samstag ich komme gerade zurück von einer etwas längeren cardio learn and burn fahrrad tour zum ersten mal 40 kilometer ich weiß für viele da draußen ein witz 40 kilometer auf dem fahrrad auch wenn ich pedelec fahr das heißt mit unterstützung das war mega anstrengend das war mega anstrengend zwei stunden lang nur treten na ja alter man halt aber es war geil es war sehr sehr geil und jetzt mache ich mich an die ganzen e-mails denn wir haben aktuell eine sommeraktion und darauf will ich auch hinweisen wir machen ja immer jedes jahr eine sommeraktion wo wir halt krasse krasse rabote auf unsere video kurse geben aber wir haben jetzt keine video kurse im programm das liegt auch daran dass wir jetzt wirklich über ein viertel jahr lang einige video kurse deutlich günstiger hatten das war ja auch eine aktion aufgrund von corona home office und so weiter und deswegen ist die sommeraktion jetzt eine andere wir geben 20 prozent rabatt also wir haben uns die 20 prozent ausgedacht wegen mehrwertsteuer wegen der diskussion grad und so weiter haben wir gedacht kommen wir machen 20 prozent rabatt auf was auf die academy und das sind 700 euro das heißt meine business bootcamp academy gibt es gerade 700 euro günstiger die aktion haben wir begrenzt auf 30 teilnehmer das heißt wenn die 30 teilnehmer erreicht sind ist die aktion vorbei zum zeitpunkt der aufnahme haben vier leute bereits gebucht und ich habe noch etwa acht telefonate sieben oder acht telefonate und habe sogar nicht in e-mails geguckt ich weiß den ganzen tag unterwegs wie viele sich noch gemeldet haben ich habe keine ahnung ich lasse mir auch zeit mit den telefonaten daher denke ich mal die aktion geht noch ein bis zwei wochen aber und was ganz wichtig ist ich telefoniere von oben nach unten ab das heißt wenn du dich als 34 meldest dann kannst du im prinzip nur hoffen dass von den 30 davor vier leute nicht genommen werden weil ich telefoniere mit allen es melden sich nur diejenige bei mir die wirklich sagen ich bin bereit zu investieren und dann schaue ich nur noch mal darüber ob es auch wirklich sinn macht genau und da sind immer wieder auch mal welche dabei wo ich sage das noch vielleicht zu früh oder wie auch immer da bin ich auch ganz offen und ehrlich ja das ist mein heutiger samstag sonntag montag dienstag am montag gibt es ein cooles meet and greet mit den teil mit einigen teilnehmern der academy ich glaube sind 15 oder 20 leute ich wollte einfach mal wieder ein meet and greet machen so da freue ich mich auch schon drauf aber jetzt am wochenende steht erstmal nichts drauf außer telefonieren schau dass ich jeden tag zwei drei leute anrufe vielleicht auch vier bis fünf leute schauen wir mal ja ihr seht auf jeden fall ich verlinke euch die website zu dieser aktion und ihr seht immer auf dieser website wie viele plätze noch frei sind okay läuft dann so ein balken wie viele plätze schon weg sind wie viele noch verfügbar sind und da kannst du mir gerne noch eine e mail schreiben ist die aktion vorbei geht die academy wieder auf 3500 euro und wir gehen stark davon aus wir wollen den wert und den preis der academy auch erhöhen wahrscheinlich auf 4000 euro weil einfach so viele aufzeichnungen mit drin sind auch alle seminare die ich jetzt in der zukunft gebe gehen automatisch in die academy mit rein die akademie teilnehmer sind gratis dabei und so weiter also die wächst und wächst ja das als kleine info das ist mein samstag heute ihr könnt ja gerne mal in die kommentare schreiben was bei euch noch ansteht macht ihr auch eine fahrertour das wetter soll grandios werden die nächsten tage ich bin sehr gespannt aber jetzt ich bin so am arsch auch wenn ihr sagt äh kelvin 40 kilometer alter also wir sehen uns morgen wieder bis morgen wir sehen uns morgen wieder bis 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 morgen wieder